Der Kreis Recklinghausen fördert den Ausbau von sogenannten Ausgleichsflächen. Bei größeren Baumaßnahmen können Investoren jetzt auf einen Ökopool zurückgreifen. Der Kreis Recklinghausen hat in Datteln mit einer Agentur für Landschaftsplanung den Vertrag zum Ausbau von ökologischen Ausgleichsflächen unterzeichnet. Die Agentur gehört zum Konzern der RAG-Stiftung. Sie entwickelt entlang der Lippe Auenlandschaften. Intensiv genutzte Landwirtschaftsflächen werden zu Naturschutzgebieten umgestaltet. Damit sind sie Ausgleichsflächen für Baumaßnahmen, die an anderer Stelle ökologische Schäden anrichten. Investoren, die zum Beispiel einen Supermarkt errichten, können sich an den Ausgleichsflächen entlang der Lippe beteiligen.